Wir haben noch nicht eingestellt, wer Killer wird. Ja, stimmt. Wer wird ein Killer? Lelina? Lelina! 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 Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen heute Freitag, der 13. Und ich habe keine Facecam, weil ich einen tiefen Ausschnitt habe. Und los jetzt. Oh, Kevin! Ich habe nicht gehört, was du wirklich sagst. Wenn nicht. Das war perfekt. Das war einfach perfekt. Einfach. Kevin, ab jetzt machst du das. Es gibt Gründe, warum ich losstriege. Also, ich werde dich runter. Tschüss! Klar. So. Gucken wir mal, was das wird. Ich bin ja gespannt, ob ich das, ähm, ob ich da irgendjemanden von denen kriege. Die sind ja echt nicht schlecht auch. Also, wir sind ja jetzt im Prinzip schon ein bisschen eingespieltes Team. So, mein Lieben, ich bin Jason. Ich kann euch mal zeigen, wie man ihn spielt. Genau. 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 Das habe ich vor. Aber, äh, das wird bestimmt nicht bei allen gelingen. Ich hoffe, ich bin wenigstens so gut wie Niki. Dass ich wenigstens so zwei, drei Leute kriege. Mal gucken. Ich gehe jetzt mal zu den vielen da hinten. Ich muss mal hierhin teleportieren. So, Leute. Wo seid ihr? Da seid ihr. Gucken wir doch mal. Da ist doch schon jemand. Komm her! Ja! Renn doch nicht weg von mir, Mensch! So. Schlagen wir das Ganze nochmal ein. Da sind nur zwei, zwei, drei. Sie wollen dich tweets machen, Jason. Werden sie wed. Oh, das ist doch. Ich habe auch kein Problem. Ja, du kannst dich floss. Ja, das ist doch so. Kannst du mich bitte die Machete holen lassen? Ich will dich töten. Das hättest du mal gern. So, dann werde ich ihn mal zu Tode drücken. Sehr schön. So, next one please. Ach meine Liebe, da... Läuft du mir hinterher? The fuck? Was denn läuft mir hinterher? Was ist das denn? Oh Gott. Wieso, next one? So. Wo ist die nächste, hä? Wo seid ihr, meine Kleine? Überlebende. So, ich teleportier mich mal hinterher. Irgendwie in diese Richtung ist sie gegangen. Mal gucken. Das ist jemand. Dann werde ich mal hinwuschen, wenn ich nicht hier feststecke. Ja, ich werde hier feststehen. Oh, sie haben sich den Pulli gekrallt. Oh, sie haben sich den... Oh, sie haben sich den Pulli gekrallt. Hmm mm... ... несколько served. Verdammt. Ich habe ihn auch schon wieder ausgemacht. wieder. So. Ich, äh, warte ich mal... Da. Da bist du! Komm her! Sie hat mir... Der hat den Pulli nicht an, okay. Okay. Ihr, ihr, ihr wollt's, ihr wollt's auf die harte Tour? Ihr kriegt's auf die harte Tour. Ich komme jetzt da rein. Und dann werde ich euch umbringen, meine Lieben. Kommt zu mir, meine kleinen Survivor! Kommt zu mir! Kommt, kommt her! Wo sind sie hin? Warte mal. Wo? Ah, okay, 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 okay. Da will jemand weg. Da will jemand weg! Ich glaube, es hackt. So. Mal schnell hinterher, geteleportiert. So. Mal, Fraulein, wo bist die hin, hä? Hm, 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 hm. Ist die da drinne? Ich stell mir eine Falle. So. Ich glaube, sie haben dieses Ding für die Kölzei repariert. Ich weiß nicht, dass ich ganz blöd bin. Ähm. Okay, sind da hinten. So haben wir die Polizei gerufen? Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Lieben. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Hier ist das Haus mit Tommy Jarvis. Okay. Ich werde einfach mal die Tür einschlagen. Komm. Schaden tut's nicht. Mal hinterher. Wuschen. So. Na, Fräulein. Wie lange wollen wir das noch machen, hä? Ha, ha, ha. Was ist da los? Was. Was ist das? So, ich werde mal hinterher. Vielleicht komme ich mal nur so mehr oder weniger an sie ran. Das ist mir ein bisschen schwierig irgendwie. Ach, verdammt. Da hat sie mich angeschossen. Da hat sie mich angeschossen. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch einfach nicht. Los, 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 komm. Verdammt. Nein. Boah, das dauert aber auch lange. Das ist ein guter Junge. Ach, verdammt. Jetzt rennen sie alle wieder weg ins Haus. Gibt es doch nicht. Aber das Haus habe ich schon eingeschlagen. Das war knapp. So, macht es auf jeden Fall Spaß, egal ob ich sie kriege oder nicht, es macht es auf jeden Fall sehr Spaß mit dem zu spielen. Na, komm her. Na, komm her. Put, put, put. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Was ist das? Ah, vielleicht ist gleich auch die Polizei da. Das waren sie gar nicht schlecht. Dein Ernst. Dein Ernst. Guck mir jetzt die Betten an, weil die Leute können auch unter den Betten sein. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wo die Betten sind, also in welchem Bett sie ist. Ich hatte sie eigentlich auch sogar gehört. Kann gut sein, dass sie irgendwo hier drunter ist. Wie sie die Luft angehalten hat halt, habe ich gehört. Ich probiere es einfach aus. Mal gucken. Vielleicht finde ich sie ja irgendwo. Oh. So. Sieht aber leider nicht so aus. Mist, die Polizei ist da. Na, leider war sie in Keimen mehr. Okay. Gut, dann werde ich jetzt zur Polizei, äh, ja, hinteleportieren. Muss man jetzt auch nochmal. So. Schade, schade. Ich hätte sie gerne, äh... So. Guck mal, ob ich mich hier hinteleportiere. So. So. So, Tommy Jarvis ist nochmal tot. Sehr gut. Okay. Okay, 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 okay. Verdammt. Ich hatte gedacht, ich könnte vielleicht so ein bisschen ausweichen, aber leider ist mir das nicht so ganz genug. Nein! Ach, so Mist. Okay. Ist jemand da? Einer. Okay. Okay, okay, okay. Da. Ich würde mal hingehen. Also versuche ich jedenfalls hinzugehen. Verdammt, das hat sie mir auch noch gestammt, ey. Mist, 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 Mist. Ich gehe nochmal zur Polizei zurück. Ich denke, sie wird jetzt da hinkommen. Hallo, meine Liebe. Hallo. Hallo. Das war jetzt, äh, pure Absicht. Das war, äh... Oh, Gott, okay. Jetzt ist raus. Sehr schön. Hey, ich habe drei Leute getötet. Yeah. Von sechs? Was? Ja, gut, okay. Mit Tabi-Jabas waren sechs. Ja, drei Leute sind rausgekommen. Also, ähm... Ich fand mich jetzt nicht so schlecht, muss ich gestehen. Besonders, weil es ja Leute sind, die sich ja einfach abschüttelbrechen, ne? Ach, ist noch jemand drin, ne? Ah, okay. Okay. Amigo ist noch drin, ne? Was ist da los? Wo bist du, mein Freund, ne? Da ist er. Da ist er. So, hier irgendwo. Ich bin von irgendwo in der Nähe, glaube ich. Ich muss mal meinen Sense anmachen. Ah, okay. 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 Ich will nur spielen. Bleib doch stehen. Das ist aber nicht nett. Ich werde mich mal teleportieren. Keine Ahnung, ob ich es noch schaffe vor ihr. Wenn sie ein Messer hat. Ja, sie hat ein Messer. Okay, dann kommst du raus. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr gut, ja. War nicht schlecht. Wirklich direkt Spam, Spam, Spam. Ihr könnt noch ein Durchtaschenmesser durchgehen. Hallo. Wo Leute mehrmals rein und wieder raus durch selbe Fenster gesprungen sind. Das war wirklich gut abgesprochen, muss ich sagen. Aber eins muss man dir lassen. Die Pfeilen, die du gelegt hast, die waren... Das war top. Das ist total unerfällig. Ja, total unerfällig. Es war, äh... Es war gut, oder? Es war der selbe Punkt auf der Straße, ey. Es ist gut, also... Du hast echt alle Betten zerstört, oder? Ja, ich hab jemanden gehört, der geatmet hat und dann dachte ich, du wärst vielleicht irgendwo, aber... Oh nein, was? Genau da, wo er gesagt hat, da sind welche unter den Betten, bin ich abgehauen. Nein! Ich hab noch weiter gewartet. Nein! Danke, dass du übrigens von mir abgelassen hast. Ah! Ja, ich... Das war... Also, er hat nicht gelogen, Anti-Made. Ja. Aber wenn ich eine Sache sagen darf... Hm? Ihr hättet sie killen können. Ja, das hätte durchaus passieren können, weil ich war echt schlecht. Das hätte reibungsablaufen können. Aber, hey! Ich hab drei Leute gefehlt, ja? Wir haben keinen Baseballschläger. Ja, aber... Ja, stimmt. Der Punkt ist, Baseballschläger ist halt 100% Stun, aber es geht nur darum... ...danach überhaupt zu stunnen. Theoretisch günst du es auch mit jeder anderen Waffe. Nun ist die Chance halt sehr gering. Und dann muss er sich aber so hinknien, oder was? Ja, das macht er, wenn er halt gestunt wird. Nachdem er vom Pullover gestunt wurde. Ach, okay. Ja, dann müssten... Dann hätten wir das vielleicht echt machen können. Ja, hättet ihr. Aber, aber... Ihr hättet dann halt nur drauf hoffen müssen, dass die Machete auf Stunt oder was auch immer ihr für eine Waffe hattet. Nee, die, äh, die Dings, die, äh... Leuchtperson... Aber wir hatten die Maske nicht abgeschlagen. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt. Oh man. Wer hätt's da auch schaffen können? Das Tuch. Wenn wir für'n Kill gehen wollen, müsste noch jemand anderes vielleicht einen... ... etwas... ... einen Charakter... ... einen Chaoskiller nehmen mit einer höheren Strength. Strength. Das Tiffany ist jetzt gelämt. Ja. Oh, Dana. Nee, ich hab nie Killer gespielt, ey, wirklich nicht. Ja, ich auch nicht. Dana, soll ich für dich einspringen? Nein. 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 Keiner springt rein. Awww. Alle müssen mal ran. Halt wirklich so. Gut, es sind dann auch noch die Leute, die bis zu zweimal zu mir oder Kevin... Ja, dafür war's gut. Nee, schlecht. Doch, du war gut. Du hast die Hälfte gekillt. Ja. Nee, 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 nee. Gut. Dann dich schniffen wir. Genau. Bye-bye. Ciao. Die Hälfte ist immer noch halb leer, ne? Ja. Oder halb voll. Wie man sieht. Ciao. Ciao. Tschüss.